Unten rechts. Wer war glaubt... Ah! Fickerei, ey. Diese Steuerung ist hier teilweise ein bisschen... So. Und jetzt einmal rum. Ja. So. So, was ging mir dafür? Ein Edelstein! Ein roter Edelstein. In einer Metallplatte. Gut. Ich möchte den Edelstein gern hier reinlegen. Ich darf da nicht hin. Okay, was haben wir hier? Schieberätsel. Okay, das war easy. Achso, der ist da noch. Der hängt da noch. Das ist ja doof. Okay, den hätten wir auch, den grünen. Und jetzt noch den gelben. Ich glaube, ich sollte eine mal hier unten liegen lassen. Hm. Oh, der singt alles. Nee, 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 nee. So, jetzt haben wir da war. So. Ein roter, ein gelber, ein grüner und ein blauer Edelstein. So, jetzt darf ich auch mal hier ran. Da hast du... Da. 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 Das bestimmt jetzt auch noch in der falschen Reihenfolge da drauf. Ist okay, ist okay. Was ist jetzt richtig so wichtig da hingelegt? So, mach auf, dat Ding. Oder auch nicht. So. Ich kriege mal wieder eine Murmäh. So. Achso, das kann man jetzt nur... Boah. Okay, ich kann nur damit. Ich muss auf jeden Fall in dieses Loch da rein. Ich gehe jetzt... Es ist auf jeden Fall sehr schlecht, immer den erstbesten Weg zu nehmen. Aber so wird es nämlich hundertprozentig nicht funktionieren. Hm. 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 Ja. Na ja, aber ich lasse mich nicht ankotzen, nachdem ich... ... ihr diese Woche schon ein neues Bett geholt habe, das zusammengebaut habe. Und heute... ... jetzt doch... ... den Fernseher und Receiver in... ... ihrem Zimmer eingestellt habe und dazu noch ein Radio eingerichtet habe. Hm. Ich kann nur in diesem hier anfangen, weil es gibt keine andere Möglichkeit, dass ich da hinkomme. So. Ich kann nur hier rein. Hier kann ich nirgendwo hin. Das ist auch der einzige Weg, dass ich hier lang gehe. So. Aber jetzt könnte ich gucken, ob ich hier wieder zurück kann in irgendwas anderes. Nein. Das ist der einzige Weg. So. Und der einzige Weg ist der hier. Ah. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, guck mal. Ein bisschen Geduld. Und jetzt? Ach, Moment. Wir haben ja noch Glubschi. Ach, da haben wir es doch. Ein zweiter Stein. Okay. 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 Das ist die einzige Möglichkeit. Hier rein. Ich gehe jetzt einfach mal hierhin zurück. Nee, da kam ich her. Glaub ich. Da gehen wir. Müssen wir mich verarschen? Ich bin sehr verwirrt gerade. Ich hasse so Rätsel, ey. Ich kann nur hierhin. Ich kann nur hierhin. Und ich kann nur hierhin. So, jetzt hätte ich die Möglichkeit. Ich gehe mal hierhin. Geht doch. Ich übersehe irgendwie voll viele, voll viele Sachen. Bäh. Da. Ich konnte das doch eben irgendwie... Ach so, da unten ist ein Rad. Okay. Moment, Moment. Das war ein bisschen gruselig. Spiel abgeschlossen. Du hast es geschafft. Unbeirrt. Wie ich hoffe, denn es folgen wahrlich noch schwerere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt in eines... Du hast den ersten Schritt eines weiten Weges getan. Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Ein Zurück gibt es nicht. Für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreite besten Mutes voran, mein Freund. Von dir liegen noch viele weitere Räume. Yay! The Room. Nummer 1 wäre fertig. Das war doch zum Ende hin noch ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Let's Play von The Room gefallen. Irgendwann werde ich auch noch den zweiten Teil davon zocken. Aber mal gucken wann. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!